Da kommt doch bestimmt wieder einer runter. Okay, da hinten sollten wir jetzt noch nicht hin, da brauchen wir auch wieder einen Card Key, glaube ich, oder sowas. Red Earp? Ne, gerade nicht. Ah ja, und hier brauchen wir auch schon den Cool Keith. Ja, Weapon Box Key, und hier haben wir, yup, die Magnum Parts, und somit können wir die stärkste Waffe, die Liren in diesem Game eben hat, nochmal schön upgraden. Damit sie noch mehr penetraten als sowieso schon. Oh, boy, nicht mit mir. Got a bad, unbomb. Was ist hier? Okay, gar nichts, auch gut. Oh Gott, scheiße. Tja, so, ähm. Ja, das gefällt mir. Dein Aussehen gar, auch schon mal, dreimal nicht. Lebst noch, glaube ich? So, komm her. Nicht so nah! Davon war nicht die Rede. Jetzt leg dich hin! Brav. Nein! Nicht einen schnacken lassen. Oh, da war ein sparkly Ding. Ah, Lab Card Key. Alles klar. Was hoffen wir hier? It looks like a machine used for the vaccine research. Wer weiß, vielleicht brauchen wir das auch noch. Who knows, und das schon so genau. Oh, steht noch einer. Ja, weg da. Dankeschön. Various chemicals. What kind of experiment have been performed here? Können wir uns vielleicht ein paar Sachen vorstellen? Ich lasse mal im Leben einfach, weil wir ja alle so nett sind. Äh, doch hier lang. Genau, und die Card Key, die können wir auch gleich da hinten einsetzen. Ach stimmt, da ist auch nochmal so ein ekelhaftes Vieh, ey, das ich direkt mal loswerden möchte am besten. Combine nochmal. I'm fine like wine when I combine. Ekelhaftes! Ja, rein! What? Uah. Wie hört er das? Uah. Bäh, sieht das widerlich aus, ey. Whoa! Boy! You're dead. You're dead! Hallo! Triff mal! Reck mit dir jetzt! Hallöchen! Wie geht's dir? Jawohl, dir geht's auf jeden Fall nicht mehr so bomb. Bitch. Auf Caution! Das lief nicht so wie geplant. Ich wusste auch gar nicht, wo ich hinziehen muss. So, hier müsst ihr erstmal übrigens die Viecher hier kaputt bamsen. Damit ihr hier an diesem Computer rankommt. I can't reach the computer. Aber gleich. You're dead. You're dead. You're dead. You're dead. You're dead. Okay. Will you operate the computer? Lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo. Yeah, 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 yeah. Accessing. Mhm. Enter your username. g u e st what's my name fingerprint what's my name hm hm zu viel dazu i don't even know your name that's sad so, hier ist anscheinend nichts mehr good und wir haben glaube ich noch die keycard, genau das heißt die können wir im winter nochmal einsetzen don't grab me ah good genau, da hinten war nichts mehr glaube ich, schaufisch das heißt diesen weg müssen wir eventuell nicht mehr in unserer Resi 2 Karriere jetzt aufsuchen es gibt auf jeden Fall Sachen, über die ich mich jetzt nicht so sehr freue wie über diese Angelegenheit ah, ich brauche mehr Bullets irgendwie jetzt also es wird wieder knapp so langsam, aber sicher eine Bullet, naja combine und jetzt haben wir hier die Übermagnum gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir gefällt mir so und jetzt auf auf Moment, inkwippen ne, schade wieder mal selbstsüchtig ohnehin naja, muss man mit leben wir machen uns jetzt auf ein bisschen nochmal die Keycard zu ebbedy abusen und hier droppt anscheinend nichts mehr ah, können wir die hier auch einsetzen? ah ne, genau, wir brauchen ja die MO-Disk set, set sop, sop genau, wir sind auf dem richtigen Weg zum Glück kann man sich ja jetzt hier nicht so verlaufen wie zum Beispiel in der Polizei Station und das Geile ist ja auch, ihr habt ihr gesehen, so ungefähr so man kann bestimmt sagen, so 80 bis 90 Prozent spielt sich das Game eigentlich in der Polizeistation ab und der Rest ist dann mehr oder weniger so überall mal ein bisschen da spuckt doch keine Leute keine Manieren ey jetzt noch mal auf das, ey jetzt noch mal auf das, bitch ja, Kyle, komm her jetzt jetzt noch mal auf das yeah, that's what you get ähm ich hab ne gute Idee ist er dabei? ich denke schon ist denke ich mal die beste Wahl jetzt gewesen haben wir noch irgendwo so ein Scheiß Team? erscheinend nicht denkste down? bitch? ja brav und somit äh, nach 60 Prozent jetzt jetzt doch langsam für den Rocket Launcher ein bisschen einsichtiger möchte ich mal behaupten das Wort wollte ich schon immer mal in einem Let's Play gesagt haben kann ich somit auch nur da abchecken äh, ähm abhaken ankreuzen achso, äh, ja hier war's ja nicht, das, das ähm happens once in a lifetime okay, ein bisschen öfter eigentlich normalerweise vor allem wenn man sich in dem, im in den Wegen, seiner Wege nicht ganz sicher ist, abipoetisch sehr so, jetzt, äh, können wir die Card Key an dem blauen Räumchen da einsetzen und dann werden wir eigentlich mal die MO-Disc bekommen und, äh, bekommen es eventuell ja gleich schon mit dem Gegner zu, äh, Endgegner zu tun also, wie gesagt, die genaue Reihenfolge jetzt weiß ich nicht mehr genau aber könnte ja gut sein und ich glaube, da kommen wieder hier diese Plans raus deswegen mach ich folgendes ja aber das kommt ein Licker von oben, das kann auch gut sein oder alles beides so so two or more staff uh, need to be present to enter commencing with fingerprint verification will you proceed yeah fingerprint verif- ver- ver- fight commencing with secondary fingerprint ver- ver- blip-fication secondary user required, okay I need someone else to help me achso okay äh, aber wir haben doch unten schon ein Fingerprint eingesetzt, oder nicht? äh, versuchen wir nochmal kurz hm schauen wir nochmal ah, hier können wir auch nochmal rein und die Key Card brauchen wir auch nicht mehr eventuell können wir ja einen Zombie mit- mit hinschleppen oder so oh oh, das ist äh, Bullets für die Magnum ha, das ist ein First Dead Prey fast ist ja fast dasselbe oh ist es doch oder? ne, ist egal erstmal kümmere ich mich um dich und dann werden wir ja schauen, ob wir recht haben oder nicht hihi, ich hab recht gehabt ja, ne so nicht du brauchst noch ein paar, denke ich mal ja allerdings weg light switch will you push it? ja klar leuchtet doch ein, oder nicht? und ich leuchte gleich mal deinen Kopf durch dann ist es gleich möglich, Freundchen ah, klick, klick, was? nein, ey, blöd 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 get down hm, soviel zum Thema, ich hab genug Bullets ah, MO Disc, wie angesprochen soo sophisticated Activator, VAM for base vaccine synthesis dann bekommen wir wahrscheinlich ein Vaccine und müssen das da auch nochmal gleich blablabla nochmal gleich einsetzen du 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 b du 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 du